hallo und herzlich willkommen zu exosokte sims und ich hoffe auf irgendeine art und weise familienallquart ja wir hatten in der letzten folge das problem dass wir hier am wasser waren hier im wasser dann hatte ich mir den tanz und nahe angeguckt ja den hier tanz und nahe an da haben wir gesehen dass die lichter hier so hoch hier wandert sind und dann ist das spiel gecrasht jetzt wandert hier kein licht hoch und ich hoffe das spiel ist nicht kräscht weil ich den tanz und nahe an gucke weil sonst kriege ich irgendwann mal die flöhe und ich weiß nicht was sache ist weil tanz nahe und so weiter gut da scheint es irgendwie sehr dreckig zu sein unerfreuliche umgebung wie ein schlechter umgebung die meisten sims mögen es nicht von schmutz und unordnung umgeben zu sein weil die meisten das nicht mögen würde ich mal sagen die gute maya müller wird einmal das hier wegwerfen danke sehr ja und schon ist es sauber so muss das manchmal gehen ja 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 gut wir hatten ja irgendwie festgestellt dass die gemüse draußen eigentlich ganz fit ist und wir werden sie hier trotzdem schwimmen bringen zum schwimmen bringen man weil ihr wisst ja schon weil sport fitness gesundheit und sonstiges gut apropos sport fitness gesundheit und sonstiges sie macht ja mal einen ausdauerlauf ja und i am himself ich muss mal kurz mal überlegen ich denke mal wir hat noch das genau wir hatten das bestreben zeichnen drei emotionale gemälde fertigstellen dann machen wir das mal das heißt wir werden das hier mal eine kunstgalerie verkaufen an die kunstgalerie verkaufen das hier fortsetzen Fortsetzen und dann machen wir emotionale gebe ich schon landschaft vorlage so realistisch pop art klassisch impulseristisch und sonstiges Emotional haben wir hier irgendwie nicht eine vorlage großes gemäldener vorlage kleine große gemälde ja großes gemälde einer vorlage ja großes gemäht in der vorlage malen danke was für eine vorlage eigentlich hier keine ahnung wir machen das einfach mal so einmal hier so und dann müsste bald fertig sein das heißt wir machen hier mal klassisches aber irgendwie emotional kriege ich jetzt gerade gar nicht emotional ist immer jones klassisches gemähter noch mal groß gucken wir mal was die sache ist das werden irgendwie große und kleine und längliche rechtecke lila pink magenta okay das haben wir fertig das ging dann ganz valota sprach er und suchte den balota das war das ich verstehe ich muss mal gucken ob wir hier irgendwas ins visier bekommen was vielleicht toll aussieht genau das ist weiter raus zu ich sehe leider hier ansonsten nichts was grünes was haben wir denn da da haben unser drachenkopf und das ding andere dinge da ihr seht schon mal ich meine so in der art so kann man es nehmen sieht so ein bisschen fantasy mäßig geil aus und ach so dann nimmt er gleich so viel aha okay jetzt sollte das funktionieren hat die fähigkeit fotografier worden mit der neuen fotografie fähigkeit kann exos die welt um sich herum in bildern einfangen der weg zu fotografischen meisterwerken ist weit aber je höher seine fähigkeiten level steigt desto besser werden die fotos ist sehr gut gucken wir mal nachher wieder bild wird das sieht hier ein bisschen ich weiß nicht ist nicht ganz mein geschmack wie sitzt hier mit maya müller aus maya müller will anscheinend den müll raus bringen ansonsten fühlt sich ein bisschen unwohl kann passieren wie sieht es denn da aus der körper ist gestillt ich würde mal sagen nachdem der körper gestillt ist könnte sie sich zum beispiel hier mal reinsetzen ich muss mal schauen wobei ich ja wir lassen sie mal musik hier machen und so ist es vielleicht nicht verkehrt das heißt sie kann hier mal üben was haben wir denn hier noch emotionale aura aktivieren was macht denn das für eine emotionale ich weiß es nicht was soll man denn hier witze erzählen nee das macht keine emotionale auge das würde eine emotionale auge machen machen wir mal an vielleicht macht das irgendwie was kreatives hier mit ihnen oder so ich weiß es nicht machen wir auch die mal hier an und dann haben wir da noch eine die müsste theoretisch auch nehmen macht doch okay aber hier noch was anderes mit aura es sieht nicht so aus es ist eine geile lichtstimmung hier drin guckt euch das waren jetzt ist das ist doch voll der hammer theoretischerweise können wir auch die hier einschalten automatisch lichte einschalten dieses licht oh ja da machen wir das ein bisschen dunkler ausschalten farbe intensität dieses licht da machen wir das rötliche oh ja ein bisschen heller so in der art ok das gleiche machen wir auch hier mit einschalten dieses licht einschalten dieses licht dann automatisch nee quatsch farbe intensität dieses licht dann machen wir das hier gehen auf 50 prozent runter und das ganze auch dann mal bitte hier drüben vorausgesetzt ich schick das hier mal angeklickt dieses licht so ok danke sehr so du solltest mal aufhören zu schwimmen höre sie auf zu schwimmen gehen sie mal bitte hierhin danke sehr gut ja du darfst dann hier langsam raus so wie sieht es hier oben aus das sieht sehr grisselig aus weiß ich nicht was ich von halten soll das sieht nicht so gut aus war mhm oh zoma keine ahnung ach malst du sie jetzt was hast was geht dir durch den kopf eigentlich ganz gut so weit ja sie ist ein bisschen müde ihr könnt ihr auch ein jogging machen theoretisch training nie sterne joggen gehen outfits aktionen eine runde bilden nö ja Outfits Outfit ändern was hast du denn noch schönes ja schauen wir mal ähm sowas hier vielleicht zeig mal das sind die schlafklamotten war ja das sind die schlafklamotten oh ja die real oma zeig mal die real oma ja du hast rückenprobleme ja ja gut lektionen ja sie möchte die welt verbessern ja nachdem die zombies alle gekillt wurden kann sie sich da ein bisschen um die welt kümmern wie sieht es denn hier aus was hat sie für eine stimmung sehr inspiriert too mhm 捷 mhm حT D Zeit 먹을 viel üben viel viel das ist der wahnsinn so viel üben gut statt hier fällt mir ja nicht da kann weg verkaufen das hier gefällt mir auch nicht das kann auch weg halt nicht du du sollst es doch gar nicht verkaufen hier er so also sammler verkaufen das auch eine sammler verkaufen das ist gar nicht fertig warum hast du das nicht fertig gemacht wie sieht es hier aus die 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 ja manchmal geht es mit mir durch da muss man da durch das ist ja das ist ja wahnsinn außer seite ihr mögt das dann müsst das in den kommentar schreiben dann lasse ich das öfters mal raus dann muss ich das mal raus vielleicht lasse ich mir dann sogar melodie mit texte einfallen oder sowas wenn ihr so was mögt ich will euch ja nicht unendlich quälen das muss ja auch nicht sein aber wenn ihr so was mögt rein in die kommentare damit weil sonst weiß ich ja nicht was ihr mögt oder nicht mögt es ist dann ein ewiges rätselrat hin was ist mit mir los ich bin müde ja erschöpft in drei stunden solltest du hinkriegen oder erscheinen ein etwas aufwendigeres bild zu sein dieses bild wird ihm präsentiert von aufwand punkt die ein echt schwieriges bild weiß noch gar nicht was das werden soll guckt euch das man schon richtig dabei aber man weiß noch nicht es könnte das oder das wären die müsste bald schlafen geht auch sie ist schon eingeschlafen sie ist schon eingeschlafen na dann mach mal hin dann mach mal hin damit du deiner dame hinterher springen kannst deiner dame des herzens ja mensch so der gute meyer müller ja ja aber man merkt er ist müde dauert länger kann es sein dass wenn wenn ein charakter hier müde wird dass das malen von bilder oder bestimmungsweise andere dingen länger dauert es ist schon zwei uhr morgens weißt du was ich werde das hier mal abbrechen dann kannst du das hier verkaufen und dann geh ab in die falle mit dir das ist ja nicht anzusehen sowie sitzt denn hier aus sie wird auch langsam müde ich würde mal sagen dann geht sie ausschlafen du hast juckreiz oder was sie ist kratzig es fühlt sich an als würde eine unsichtbare insektenarmee über den gesamten körper von kitami marschieren angriff der kinder insekten städte 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 ja gut lassen wir mal schlafen gehen und während die gute dame schlafen gegangen ist wünsche ich euch auch einen schönen guten abend gut schöne gute nacht guten morgen wie auch immer wenn ihr gerade sozusagen das video anschaut und wir sehen uns am morgen wieder ich denke das ist ein guter cut hier gerade weil es einfach so schläfrig ist ja und dann sehen wir uns morgen wieder wenn ihr wollt mögt könnt und vor allen dingen dürfte in dem sinne tschau tschau und bye bye